In Amsterdam gibt es ca. 2500 Hausboote. Viele davon haben Gas, Strom und Wasseranschutz. Die Boote bekommen eine Geniebung für einen netten Liegenplatz und die amtliche Steuerzahl. Die Stadt hat angeordnet, dass sich die Anzahl der Hausboote nicht mehr begrüßt hat. Amsterdamm hat ungefähr 2.500 Hausboote. Viele haben Gas, Elektrizität und Wasser. Ein permanent Warring Permit ist notwendig und wird die Basis von Tax Assessments. Die Ministerprache hat eine Freize für die neue Basis für Hausboote. Viva Amsterdammn! Amsterdammn hat ungefähr 2.500 Hausboote. Die meisten haben Gas, Elektrizität und Wasser. Alle haben eine Fischung eingestellt, um die Anzahl zu bezahlen müssen. Die Anzahl der Hausboote ist limitiert. Das ist eine sehr schöne Doppelung. Okay, wir sind im Visio in der Nähe. Die Niveau! Ausgia:「 Wieso wird das? Das ist ein Haus, nie wird die neue Böden sein. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus? Der incarne 분� zu den Kiel und des Böden steinen, der sich unter der Unterhöhung überwunden hat, das ist dein Böden sein. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Amsterdam kein Haus noch. Ein Haus erkannte man an seinem Giebel und am Giebelstein, der sich darunter befand. Die Abbildung auf dem Stein gab oft Hinweise auf den Glauben, die Heimatstadt oder die Luft des Bewohners. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Grachtenhäuser in Amsterdam sind an den verschiedenen Giebeln zu erkennen, die oft reichen als hier sind. Auf diesem Grachtenabschnitt finden Sie einige Beispiele dafür. Die zwei ältesten Sorten sind der Schnabelgiebel, der meist auf Speicherhäusern zu finden ist, und der Stufengebel aus dem 17. Jahrhundert. Später wurde der Halsgiebel und der Glockengiebel modern. Im 18. Jahrhundert wurde der Leistengebel populär, mit einem waagerechten Rand, der oft mit Bildern oder dem Klinienwappen zitiert war. Im 18. Jahrhundert Im 19. Jahrhundert In 18. Jahrhundert In 18. Jahrhundert Im 19. Jahrhundert In der 18 Wir sind nicht so.